Die Anzahl an Cyberangriffen steigt kontinuierlich. Doch wenn IT-Abteilungen überlastet sind, bleiben kritische Sicherheitslücken offen. Und einen passenden Cybersecurity-Anbieter zu finden, ist durch die starke Fragmentierung des Marktes eine echte Herausforderung geworden. Deshalb hat Bosch CyberCompare gegründet. Die Wissens- und Vermittlungsplattform für Cybersecurity. Mit unserer umfassenden CyberCompare-Diagnostik helfen wir Ihnen, sich einen Überblick über Ihr Cyber-Risikoprofil zu verschaffen und nächste Schritte zu priorisieren. Unser Experten-Team hat stets den Markt im Blick, sodass wir alle Anbieter unabhängig in unserer Datenbank nach Ihren individuellen Bedürfnissen filtern können. Wir helfen Ihnen bei der Spezifikation Ihrer Anforderungen und gewährleisten anonyme Ausschreibungen unter der Bosch-Marke, um keine sensiblen Informationen über Sicherheitslücken zu streuen. Im Anschluss nennen wir Ihnen die Top 3 Favoriten und unterstützen Sie von der Auswahl bis zum Vertragsabschluss. So können wir gemeinsam dazu beitragen, Ihr Unternehmen sicherer zu machen. Unabhängig, pragmatisch und individuell. Der Markt wird sich weiter schnell verändern. Denn Cybersecurity ist ein iterativer Prozess. Neue Bedrohungsszenarien entstehen, für die alte Schutzkonzepte nicht mehr wirken. Was auch kommen mag. Mit unserem Experten-Netzwerk helfen wir Ihnen auch in Zukunft, den Cyberangriffen standzuhalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017